Wolltest du Stars schon immer mal fragen, ob sie manchmal in der Nase bohren oder ihre Hose schon mal auf der Bühne verloren haben und wonach eigentlich ihre Röpsel riechen? Unser Podcast Kleine Fragen ist zurück mit neun Fragen, die sonst keiner stellt. Mit dabei sind neue Stars wie Tim Benzko, Maite Hürn Kim, Sascha und viele mehr. Kleine Fragen von Mitvergnügen und Nickelodeon gibt es jetzt auf Spotify, nick.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.